Hallo, ich bin die Emina, 24 und aus Österreich. Ich habe Vanity durchs Internet gefunden, schon länger spekuliert, geschaut und und und. Viele Freunde von mir haben Vanity schon gefolgt, wir haben uns immer wieder Bilder angeschaut, mir haben die Ergebnisse sehr gut gefallen und das, was sie immer reingetan haben, die Vorher-Nachher-Fotos vor allem. Ich habe mit der Operation sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich würde jedem das Vanity empfehlen. Wenn ihr euch zu etwas entscheidet, zwecks Schönheitsoperationen, dann würde ich euch auf alle Fälle zu Vanity hier nach Istanbul schicken. Und ganz herzlichen Dank an die Vanity-Familie, dass ihr mich so lieb aufgenommen habt und dass ihr für mich da wart und natürlich für das schöne Ergebnis, was wir erzielen konnten.